Musik Es war ungefähr zu Beginn des 19. Jahrhunderts, das da wurde Warnemünde unwahrscheinlich attraktiv. Das da, das war die erste Promenade, die es im Ort gab. Und auf dieser Promenade lustwandelten viele, viele Bekannte, denn sie kamen aus allen Ländern, nicht nur aus Deutschland. Prominente Schauspieler, Schriftsteller, Maler, alles war dabei. Einige wollen wir Ihnen vorstellen in der heutigen Zeitreise. 1870. Es war die Zeit des aufstrebenden Ostseebades. Die Segelschifffahrt erlebte ihren letzten Höhepunkt. Im alten Hotel Hübner, welches 1854 eröffnet wurde und vier Jahre darauf bereits die Hotelkonzession erhielt, wohnte zu der Zeit für vier Wochen Theodor Fontan mit seiner Familie. Mehrmals erhielt er dort Besuch von seinem Freund Friedrich Witte aus Rostock. Beide kannten sich aus ihrer Lehrlingszeit nach 1845 in der polnischen Apotheke in der Berliner Friedrichstraße. Witte wurde Unternehmer in Rostock und weltweiter Marktführer für Pepsinprodukte. Fontane, ein herausragender Schriftsteller. Gerne saß er auf dem Spiel plaudernd oder schweigend, um den einzigartigen Sonnenuntergang zu erleben. Seine Einschätzung vom Warnemünde jener Zeit lautete, Es gibt einen Warnemünder Baustil und der besteht darin, dass man an die Fronten der Häuser einen Glaskasten anklebt. Diese gläsernen Verranten geben dem Ort seinen Charakter und den Badegästen ihr Behagen. Sie sind ein wirklicher Schatz. Die nächste Erinnerung gilt einem Maler, der heute ein Weltstar ist. Es war Ende Mai im Jahre 1907. Mit dem Fernzug nach Kopenhagen kommt aus Berlin auch dieser damals 44-jährige Mann auf dem neuen Bahnhof in Warnemünde an. Er kam in der Reichshauptstadt Berlin mit Hektik, Stress und der dortigen Lebensart nicht klar und kehrte ihr den Rücken. Er floh in das alte Warnemünde, das sich in dieser Zeit gerade zum bekannten Seebad mauserte. Seine Arbeitsgeräte, die er als Maler brauchte, hatte er dabei. Zunächst stieg er in Hossmanns Hotel ab, das neben der Vogtei steigt. Dann aber findet er fast nebenan in einem kleinen Fischerhaus am Alten Strom in der Nummer 53 Unterkunft. Bei einem der Warnemünder Lotsen, bei Karl Nielsen. Das Gemälde der Birnbaum im Hof und ein Porträt seines Gastgebers sind sein Dank an ihn. Bereits seit 1902 lebte er im selbstgewählten Exil. Warnemünde sollte seine letzte Station in Deutschland sein. Dieser Mann war der Norweger Edvard Munch, jener Künstler, der bereits 1893 das Gemälde der Schrei schuf. Jahre später haben sich Museen und Privatsammler um seine Werke bereits gerissen. Als ein feiner, aber auch etwas unanständiger Kerl, denn er malte schließlich am Strand Nacktbilder und war dabei ebenfalls unbekleidet, blieb er vielen Warnemündern in Erinnerung. Hier vor der Kulisse des Warnemünder Strandes entstand so das monumentale Werk Badende Männer. Männlichkeit und Kraft waren in dieser Zeit ein allgemein beliebtes Thema. Aber auch mit dem Frauenakt beschäftigte er sich und nutzte dabei die Möglichkeiten der damals entstehenden modernen Fotografie für die Malerei. Mit seinen Modellen präsentierte er sich auch in der Öffentlichkeit. So ruhig wie hier in der Terrasse des Hauses ging es für ihn nicht immer zu. Die immer größer werdende Flut von Badegästen war es, die ihn seiner wiedergewonnenen Ruhe beraubte. Nach einem erneuten psychischen Zusammenbruch entschloss er sich dann, den Ort für immer zu verlassen. Kurt Tucholsky, der zu den bedeutendsten Publizisten der Weimarer Republik zählt, war gleich zwei Jahre hintereinander in Warnemünde, 1911 und 1912. In Warnemünde vollendet er sein bis heute beliebtestes Buch, Rheinsberg, ein Bilderbuch für Verliebte. Es gibt einige gute Beweise dafür, dass er für dieses Buch viele seiner Erlebnisse aus dem Ostsebat verarbeitet hat. Tucholsky war es auch, der Jahre später intensive Kontakte mit Joachim Ringelnatz pflegte. Dieser diente ab 1914 im Stützpunkt Warnemünde im Minensuchdienst bei der Kaiserlichen Flotte. Ihr war auch der im gleichen Jahr eröffnete Flugplatz für Seeflieger unterstellt. Im alten Strom tauchten die ersten Unterseeboote auf. Ringelnatz wohnte direkt in Warnemünde, in der Brinkmannstraße 3. Auch darum hatte er genug Gelegenheiten, viele Bekanntschaften zu machen und wurde bald als lustiger, herumbummelnder Lebematrose bekannt und traf sich im Café Bechlin, welches heute Atlantik heißt. Als Gustav Hans Bötticher sorgte er aber besonders im Café Meier für Stimmung. Hier kreierte er dann auch seinen berühmten Kuttel-Dattel-Du, jenen Seemann, der haarsträubende Abenteuer präsentiert, keine Manieren hat und die leichten Mädchen kennt. 1920 erschien sein Kuttel-Dattel-Du dann zum ersten Male in Buchform. Als Schriftsteller, Maler, Kabarettist und Kinderbuchautor wurde Ringelnatz dafür umso erfolgreicher. Er trat im Rundfunk auf und veröffentlichte Schallplatten. Die braunen Machthaber erteilten ihm Auftrittsverbot und verbrannten seine Bücher. Er starb 1934 in Berlin. Erich Kästner war das erste Mal 1921 in Rostock. Kästner ist wohl einer der bekanntesten Kinder- und Jugendbuchautoren im deutschsprachigen Raum. 1935 kehrte er an die Ostsee nach Wannemünde zurück, um hier sein Buch »Emil und die drei Zwillinge« als Nachfolger seiner bekanntesten Geschichte »Emil und die Detektive« zu schreiben. Ein Jahr später erhält er in Nazi-Deutschland Schreibverbot. Dies musste man aber 1942 lockern, da er unter dem Namen Bertolt Bürger der Autor des Hans-Albers-Filmes Münchhausen war. Und natürlich war auch Hans-Albers selbst in Wannemünde. 1932 war das Ostseebad wieder einmal Drehort für einen Film und Hans-Albers als Flugkapitän, der Hauptdarsteller in dem Uferstreifen, FP1, antwortet nicht. In Wannemünde fühlte Hans-Albers sich sehr wohl. Selbstverständlich war so auch Gast in der legendären Fliegerkneipe Tante Paula am Alten Strom. Während der Dreharbeiten dosierte er damals im Strandhotel Hübner. Natürlich ist der blonde Hans nicht selbst geflogen. Dafür hatte er ein Filmduo, Hauptfluglehrer Robert Förster. Doch sicherlich war es aber für beide ein ganz besonderes Erlebnis, gemeinsam Wannemünde und auch Rostock aus luftiger Höhe zu überfliegen. Übrigens, etwa 50 Jahre später hatte ein Lied seines Films ein erfolgreiches Comeback. Wir wollen einmal wissen, wie es heute aussieht in Wannemünde mit Kunst, Kultur, mit Prominenten. Und an meiner Seite ist jemand, der viele, viele Ideen hat, wenn es um Kulturverein geht. Andreas Wuse. Andreas, aus dem Café Meier ist geworden der Ringelnatz. Was hat es damit auf sich? Ja, das Ringelnatzcafé ist ein Kulturzentrum, würde ich mal im weitesten Sinne sagen, wo sehr viele Veranstaltungen stattfinden aus jeglicher Couleur, zum Beispiel Musik, Theater, viele Sachen, die man machen, Lesungen beispielsweise, Ringelnatzlesungen waren, aber eben auch viel Rockmusik. Das heißt also, hier ist richtig durchgehend etwas los und vielleicht mal so als kleine Hintergrundfrage, Wannemünde ist das nach wie vor ein Örtchen, wo sich Prominente treffen, wo Künstler kommen oder ist es ganz anders geworden? Naja, Wannemünde ist einfach schön und da kommen schon Künstler. Ich weiß zum Beispiel Ringelnatz, Stichwort, hat E.C. Falkenberg vor kurzem gerade gewohnt, den ja fast jeder kennt. Also sind schon Prominente da, kann man so sagen. Ja, machen Urlaub. Ihr habt gerade Stefan Jansentag auch hinter euch erfolgreich gewesen und da gab es sehr viel Musik zu hören, Musik aus Wannemünde. Vielleicht noch ein paar Worte dazu. Naja, es gab eine große Veranstaltung im Kurhausgarten, Stefan Jansens Street, wo viele Musiker mitgemacht haben. Andere Künstler, Tänzer, Filme wurden gezeigt und sowas. Unter anderem war sehr populärer Bluesmusiker dabei, Peter Schmidt, einer der besten Bluesmusiker überhaupt. Er hat dort also auch den Riesenhit Kleine Stadt am Meer gespielt zum Beispiel. Ja, da möchte ich gleich nochmal raufkommen auf die Kleine Stadt am Meer. Der Titel ist nicht neu, wir lassen den schon mal im Hintergrund laufen. Wie lange gibt es den denn schon? Also der ist 2006 produziert worden, war ein Riesenhit im Radio, auf mehreren CDs erschienen und ist eigentlich ein Song, der Wannemünde meint. Dankeschön erstmal hier für die neuen Projekte Toi Toi Toi. Und wir, wir sehen uns natürlich wieder in zwei Wochen gebleiben in Wannemünde, weil es hier einfach so schön ist. Unter anderem, wir wollen nochmal dem Thema Werften uns zuwenden. Ich freue mich auf Sie, in zwei Wochen sind wir wieder da. Dankeschön. zwischen Hendach und die Einen Hebrews He Roth Heute such ich oft nach meinem Glück draw den ganzen Strand entlang auch immer das ich bin das Stück vom Herzen dass ich Ich fließ zurück beim Ostseewellenklang.